Und damit Willkommen zurück zu Command & Conquer Tiberian Wars. Ja, Moment, weg. Ja, in der Mission müssen wir ein bisschen was vorbereiten, bevor wir jetzt mal hier richtig angreifen. Das ist nicht ohne hier, weil die GDIs ein bisschen auf Steroide, sobald wir den Turm hier kaputt gemacht haben, also das Artilleriegeschütz, die greifen an, als wären sie von der Westerwelle gestochen. Also das ist echt nicht mehr feierlich, was sie hier machen. Deswegen machen wir eine kleine Vorbereitung. So, hier fliege ich mal hier drauf, da ist so ein Geldkisten. So, fliege mal rüber und fliege da wieder hier runter. Ein bisschen mehr. Das kann man noch upgraden. Wenn wir nur die ganzen Klamotten erstmal nach oben packen, dann haben wir genug Tiberium hier. Wo sind denn meine Heid? Ja, die ist mal weg. Das ist auch noch ein Kampfpanzer, aber nicht schlimm. Kommt das hier weg? Ausbildung. Bauen wir uns dann eine Riesenarmee auf, die brauchen wir auch. Warten ein kleines bisschen, dass wir genug Leute hier haben. Wir haben die Raketen. So, Panzer, was brauchen wir dann? Panzer, dann bauen wir noch welche. Boah, Flammenpanzer sind so teuer. Kommt, jetzt ist der aller Nächste. Kampfpanzer, es warten wir noch ein bisschen hier. Das ist noch ein bisschen blöd. Ja, wenn ihr zum Kampfpanzer hingeht. Mal nach unten entpacken. Weil nachdem wir den Turm zerstört haben, müssen wir zusehen, dass wir die GDI-Basis da platthauen. Aber mit denen ein paar Leuten kannst du das vergessen. Jo, hab da, macht der immer kaputt. Kämpfer durchladen! Kämpfer einsatzbereit. Kämpfer durchladen! Kämpfer durchladen! Kämpfer durchladen! Wir haben die Raketen. Was brauchen wir denn noch nicht? Also das Upgrade hierzu, weiß ich nicht. Wir haben die Raketen. Ich muss mehr sagen, nein. Gibt es das Satz, was wir haben so vorhaben, das brauchen wir es nicht. Weil ich will, wenn sofort mit den ganzen Leuten runter zur Basis. Davor sind auch noch ein paar Leute, die die Basis beschützen. Ob wir es mit den Leuten schaffen, weiß ich nicht. Deswegen brauche ich noch Flammenpanzer nebenher. Kämpfer durchladen! Komm weg damit, damit 2000 schon mal über. Wir haben die Raketen. Weil ich brauche es gerade persönlich nicht. Das kann auch weg. Wir haben die Raketen. Lautlos. Vollzureichende Mittel. Wir haben die Raketen. Sammelt, sammelt, sammelt. Wir haben die Raketen. Also je schneller wir die GDI-Basis da platt machen, umso besser für uns. Da können wir nachher hier oben das blaue Feld einnehmen. Das können wir aber zum Schluss machen, weil da ist noch eine kleine Stadt. Die ist von der GDI belagert. Kämpfer durchladen! Kämpfer durchladen! Kämpfer durchladen! Da ist eine kleine Traube. Schwarze Hand einsatzbereit. Wir haben die Raketen. Ja, mit dem Panzer kommt echt nicht viel Geld an, ne? Wir haben die Raketen. So, ich würde mal sagen, wir starten schon mal die ersten Angriffe. Wir sind verifiziert. Es wird Asche regnen. Wir haben die Raketen. Die GDI-Artenerie-Stellung zerstört. So, und los, und los, und los. Wir haben die Raketen. Einigende Flammen. Kämpfer durchladen! Kämpfer durchladen! Feindliche Einheiten nennen sich. Sofort mal hoch. Komm, die müssen weg. Oh, dieses Sniper von der GDI, ne? Einfach nur zum Kotzen. Ich brauche dieses Gerät, Commander. Ich schicke Ihnen einen Stealth-Panzer. Dann sehen wir zu. Drauf, drauf. Erste Panzer kaputt. So, jetzt müssen wir uns mal reinpushen. Ein bisschen Druck ausüben. Druck, 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 Druck. Ah, ein Rack. Tschüss. Ja, und die Stealth-Panzer weg. Mach den Strom weg. So, weg damit. Alles muss weg. Diese komischen Kampftürme hier. Gut, dass das nicht Tiberian Estense ist. Ey, meine Güte. Dann würden sie uns schon mit ihren Lufseinheiten hier fertig machen. Ja, sehr schön. Bauhof ist weg. Perfekt. Bonus hier haben wir schon erreicht. Weg mit der GDI. Weg damit. So, geht mal hin. Was ist da hier schönes? Einfach mitten im Feld was reingebaut. So, pass auf den Sammler auf. So, hier sind noch ein paar Einheiten. Ja, die GDI bekommt immer noch schönen Support. Du fährst mal hier oben hoch. Ach so, die haben noch... Ey, wieso haben sie noch was? Ich hab' gar nicht gesehen. Ja, wenn der Sammler so blöd ist. So, nehmen wir mal unseren Bauhof mit. Kommt mal mit. Wir brennen. Einheit wird angegriffen. Einheit verloren. Wir haben die Rakete. Einheit bereit, viel zu tun. Wir wollen nur hoch. Ihr kommt mit. Verfolgt sie. Skern an der Nähe. Wolke vor. Skern. Geleitet zum Ziel. So, ihr bleibt mal hier vorne. Hier oben ist noch viel mehr Tiberium. Blaue Tiberium. Ja, dann holt es. Holt es. Bitte, 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 bitte. Bitte, bitte, bitte. So, hau die mal raus. Ja, ihr müsst auch fertig machen, ne? Schürt die Teile ab. Brennt alles nieder. Räuchert sie aus. Katastrophe. Wir müssen näher ran. Kett voll durchladen. So, man ist mal hier vorne Platz. Opfern sie in Flammen. So, haut den Sammler weg. Sammler ist auch weg. Perfekt. Er geht mal hier runter. Er geht mal mit. So, dann bauen wir schon mal weiter. Wir haben die Raketen. Feindliche Einheiten in Sicht. Wir haben die Raketen. Einfach nur hier vorne. So, sind meine Tarnpanzer. Perfekt. Wir verstecken uns dort. Wir haben die Raketen. Geleitet zum Ziel. Sechs. Sechs Stück. Wie bitte? Hä? Wir haben die Raketen. Feindliche Basis in Sicht. Vis-a-vis sechs. Habe ich nicht nur vier? Oder waren die alle in einem Päckchen drin? Das kann auch möglich sein. Ich weiß es aber nicht. So, man ist mal platt. So, Flugzeugträger. Das hört jetzt nur so aus. Oh, das ist eine fahrende Festung. So, geht's mit hoch. Ja, genau. Der eine Rotz-Panzer. Junge, Junge, Junge. Kann der auf den Sack gehen? Verdurchladen. So, wird verkauft. Dann brauchen wir noch ein bisschen Geld hier oben. Wir brennen. Langsam. Feurige Zerstörung. Feindliche Einheiten in Sicht. Na super, brauchen wir doch ein Forschungslabor. Dann müssen wir irgendwie, ja. Man kann das auch noch irgendwie anders angreifen. Wir verstecken uns dort. Bau abgeschlossen. Feindliche Basis in Sicht. Auf sieben. Die Klammer hat es zerstört. Einheit für Anlegung. Einheit für Lohn. Ah, es hält zu viel aus. Das schaffen sie nicht. Das schaffen sie nicht. Hätte ja sein können. Muss ich den Rotz doch bauen. Gucken, ob sie es aushalten. Wenn nicht, dann nicht. So, ihr geht mal hoch. Ja, das war klar. So lächerlich hier, diese Witzfiguren. So, ist es hier oben besser. Ich dachte, gewusst hätte, ne? Ausbildung, Einheit verloben. Einheit wird angekündigt. Kostet so ein Bomber. Naja, muss ich mal gucken. Jetzt baue ich nur Flammenpanzer und brenne da alles weg. Noch mal einen Wegpunkt hier vorne hin. Ja, guck mal, hier sind es ja schon mal weitergekommen. So, ihr geht mal mit hier runter. Gebt mal mit drauf. Kann ja alles nicht schaden, ne? Auf die Beine. Auf die Beine. Auf die Beine. Damit die Aufwege zerstören. Es ist alles bereit. Diese Artilleriestellungen müssen zerstört werden, damit wir Brasilien sicher verlassen können. Ja, warte. Wir brauchen keine Silos. So, die machen schon mal den Weg hier frei. Zwei erhebliche Verluste hier. Oh, da kann ein Rick zerstören. Das ist auch so ein Bonustiel, was man nicht überall bekommen kann. Perfekt. Dann geht man hier mit drauf. Noch ein Bonustiel bekommen. Bekommen aber nur, wenn man lange in der Mission drin ist. Dann kommt das irgendwann von selber. Ach, guck mal, sind wir schon auf Stufe 3. Gleich auch nicht mehr. So, das haut sie weg. Perfekt. Hat zwar ein bisschen länger gedauert, aber ist bei manchen Missionen einfach so. Ja, 15 Minuten geht. So, alles erreicht. Perfekt, alles erreicht. Würde ich mal sagen, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Bis zum nächsten Mal und bis dann. Bis dann.